Schizu! Schizu, was machst du da? Ich verstecke mich. Warum? Damit ich dich filmen kann. Warum? Damit ich das Video auf YouTube hochladen kann. YouTube? Ja, da kann man Videos hochladen. Ich weiß, was YouTube ist. Dann frag dich. Warum filmst du mich? Der Traumteister war so live auf Nido Schlamm und Nisch und Nischte live auf Schizu. Außerdem kann ich mich das nicht selber. Das sind ja wohl kaum Argumente. Außerdem möchte sich ja niemand irgendwelche Videos von mir sehen. Doch, schau dir noch das Video von dir unter der Dusche an. Was? Du hast dich unter der Dusche gefilmt? Ja. Damit die ganze Welt mich nackt sehen kann. Du musst doch immer so heiß duschen. Das sieht man doch nicht. Dank Gott. Dank. Das heißt, dass wir sagen, die Fans wird uns sehen. Ich will die noch mit Zusatzesduschen sehen. Was? Ich knutsche nicht mit Zusatzesduschen. Zusatzesduschen? Wo ist dein Kerl? Das ist ja wohl kein Argument. Und wenn du nicht mit Zusatzesduschen schnitt, kannst du ja auch Schneide nehmen. Mit dem schnitt ich gleich dreimal nicht. Der ist nämlich auch ein Kerl. Und mein Bruder. Und ein Arschloch. Lässt mich mit dem Scheiß jetzt in Ruhe. Aber ich brauch neues Videomaterial. Das Video, wo du geschlafen hast, habe ich schon hochgeladen. Oder das, wo du bis auf dem Tisch getanzt hast. Tschüss. Wie hat's denn die wo du dich verst elevatst? Wo ist auch schlafen? Du bist einmal die krippe Das ist ja früh. Das warara schlafen der Krone. Was sollte vor dem Sch Elsaarzt nicht?